Hi ihr Lieben, heute gibt es wieder ein neues No-Bake-Rezept von mir. Und zwar habe ich für euch No-Bake-Snickers-Cheesecakes aus dem Glas zubereitet. Das Dessert besteht aus einem Keksboden mit Erdnüssen. Darüber kommt eine leckere Creme aus Frischkäse, Mascarpone, Schokolade und Erdnussbutter. Und ganz oben drauf gibt es noch eine leckere Karamellsoße mit Erdnüssen. Das schmeckt unglaublich lecker und eins zu eins wie der Snickers-Regel. Die Zubereitung ist auch super einfach und das Beste daran, wir brauchen keinen Ofen. Also legen wir direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Wir starten mit der Creme und dafür braucht ihr kalte Sahne, Frischkäse, Mascarpone, Erdnussbutter, dann etwas Schokolade und Sanapart. Ich habe meine Vollmilchschokolade bereits über einem Wasserbad geschmolzen. Danach fügt ihr noch die Erdnussbutter mit hinein und verrührt die Zutaten, solange bis das Ganze schön cremig geworden ist. Dann stellt ihr die Mischung für ca. 5 Minuten zur Seite. Sie sollte also nicht mehr heiß sein. In eine Schüssel kommt jetzt der Mascarpone gemeinsam mit Frischkäse. Danach fügt ihr noch die Schoko-Erdnuss-Mischung mit hinzu. Und wie schon gesagt, das sollte jetzt nicht mehr warm sein. Danach vermischt ihr die Zutaten mit der höchsten Stufe eures Mixers für ca. eine halbe Minute. Wenn ihr alle Zutaten kurz miteinander verrührt habt, und das sollte bitte nicht länger als eine Minute dauern, der Mascarpone kann schnell überschlagen werden, fügt ihr dann noch die eiskalte Sahne mit hinzu, gemeinsam mit dem Sanapart oder Sahnesteifmittel. Danach werden die Zutaten nochmal für eine halbe bis maximal eine Minute verrührt. Dann ist eure Creme auch schon fertig und die ist relativ fest. Die schmeckt schon mal unglaublich lecker. Die stellt ihr jetzt für ca. 10 Minuten in den Kühlschrank. Ich zeige euch nochmal kurz die Konsistenz der Creme. Also die ist relativ fest, richtig schön cremig. Und genauso soll sie dann auch aussehen. Also die Rührzeit beträgt wirklich nur insgesamt maximal 2 Minuten. Länger braucht sie nicht und die wird jetzt nochmal kurz gekühlt. In der Zwischenzeit bereiten wir unseren Boden vor und hierfür braucht ihr gemahlene Butterkekse, klein gehackte Erdnüsse und zerlassene Butter. Gebt einfach alle Zutaten für den Keksboden in eine kleine Schüssel, rührt alles miteinander um und dann ist der auch schon fertig. So, der Keksboden ist fertig und die Creme hatten wir auch schon zubereitet, also können wir unser Dessert direkt schichten. Diese Zutaten reichen für genau 6 Dessertgläser mit einem Fassungsvermögen von 200ml aus. Ich habe mir dann mein erstes Dessertglas genommen, 2 gehäufte Esslöffel von der Keksmischung hineingegeben und das Ganze dann mit einem Glas etwas flach gedrückt. Dann habe ich noch die Seiten mit einem Löffel schön glatt gestrichen. Ich hatte mir Mini-Snickers-Riegel in dünne Scheiben geschnitten und die platzieren wir jetzt an die Ränder und drücken sie leicht an und durch die Karamell- und Marshmallow-Schicht in dem Snickers-Riegel bleiben sie dann auch schön haften. So sieht dann unser Ring aus Snickers-Riegeln aus. Ich finde, das ist ein richtiger Eye-Catcher geworden und zudem haben wir dann noch den Snickers-Riegel im Dessert integriert. Dann geht es direkt weiter. Meine Snickers-Creme hatte ich bereits in einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle gefüllt und welche Tüllen ich am liebsten benutze, das findet ihr in der Infobox. Dann wird die Snickers-Creme kreisförmig in euer Dessertglas gespritzt, aber bitte nicht bis zum Rand. Da müsst ihr definitiv noch Platz lassen, denn da kommt gleich noch die Karamellsoße obendrauf. Ich habe mir dann noch einen Teelöffel genommen und die Creme so gut wie möglich glatt gestrichen und wer es ganz perfekt haben möchte, kann sich jetzt noch eine Lage Küchenpapier nehmen und an den Rändern entlang gehen. Dann werden die auch gleich nochmal sauber und die Ränder werden dann richtig schön glatt. Meine Gläser habe ich alle befüllt und glatt gestrichen und von der Snickers-Creme ca. 4 Esslöffel zur Seite gepackt, denn die brauche ich gleich für die Dekoration. Dann kommt eine leckere Karamellsoße obendrauf und hier muss ich sagen, meine war leider zu flüssig, das wusste ich vorher nicht. Also ich würde euch empfehlen, eine andere Karamellsoße zu benutzen und welche sich hierfür eignet, das schreibe ich euch gerne in die Infobox. Dort findet ihr auch ein Rezept für die selbstgekochte Version. Wen das nicht stört, dass sie so flüssig ist, kann sie gerne benutzen, aber hierfür muss ich sagen, dass sie an den Rändern nach einer Zeit leider etwas durchgesickert ist. So, jetzt kommt der Feinschliff und ich hatte mir von dem Keksboden ca. 2 Esslöffel zur Seite gepackt und dann noch gehackte Erdnisse mit hineingegeben. Die verteile ich jetzt auf der Oberfläche. Zum Schluss habe ich jetzt noch einen kleinen Tupfer in der Mitte aufgespritzt und hierfür hatte ich mir ein wenig von der Creme zur Seite gelegt. Dann wird das Ganze noch mit einer Scheibe von den Snickers-Riegeln getoppt. Dann ist euer Dessert auch schon fertig. Ich würde euch empfehlen, das noch für ca. eine Stunde kühl zu stellen und danach könnt ihr es auch schon verschlägen. Und fertig ist unser No-Bake-Snickers-Cheesecake. Dieses Dessert hat sich in meine Top 3 Liste der besten No-Bake-Rezepte geschlichen. Ich finde, es ist unglaublich lecker geworden. Die ganze Kombination funktioniert einfach super miteinander. Wir haben hier den Keksboden mit den Erdnüssen und dann diese unglaublich leckere Creme. Die hat eine perfekte Konsistenz. Oben dann noch mit Karamell und natürlich wieder Erdnüssen ist es das perfekte Snickers-Dessert. Also wenn ihr Snickers liebt, dann solltet ihr das unbedingt ausprobieren. Natürlich ist es im Sommer auch immer willkommen, wenn das Ganze dann nochmal No-Bake ist. Also probiert das gerne mal aus und schreibt mir dann, wie es euch geschmeckt hat. Schickt mir dann auch gerne eure Fotos über meinen Instagram-Account RocksBakery. Darüber freue ich mich jedes Mal. Und ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch hinterlässt und meinen Kanal abonniert, damit ihr keines meiner neuen Videos verpasst. Dann danke ich euch an der Stelle fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal sehen. Bis bald!